Herzlich Willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute sprechen wir über den Sinn und Zweck einer geriatrischen Behandlung. Geriatrie, was ist denn das eigentlich und was passiert da und für wen ist das eigentlich gut? Das ist unser Thema. Es hat etwas mit dem Alter zu tun, genau. Denn man weiß heute, dass Krankheit im Alter etwas Komplexeres ist als in jungen Jahren und dass es deshalb auch eine komplexere Behandlung braucht. Bei mir ist Dr. Jürgen Bludau. Er ist Chefarzt der Geriatrie an der Asklepios Klinik Lich. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Bludau. Vielen Dank für die Einladung. Sie sind ja nun Geriater. Sagen Sie mir, was macht ein Geriater anders? Das ist eine schwierige Frage. Aber um es einfach auszudrücken, wir gucken uns diese älteren, multimobiden, mehrfach erkrankten Patienten an und suchen nach der oder die Krankheiten, die die Funktionalität, die Selbstständigkeit, die Alltagskompetenzen am meisten beeinflussen. Und wir versuchen dann daraufhin, diese so zu behandeln, dass die Selbstständigkeit, die Alltagskompetenzen wiederhergestellt werden, so gut wie möglich. Das heißt also, Sie gucken nicht, der Blutdruck ist zu hoch, wir müssen was machen, weil der Patient davon vielleicht gar nichts merkt, sondern Sie gucken sich das an, was Ihnen dazu zwingt, im Stuhl sitzen zu bleiben. Kann man das so sagen? Ja, oder aufstehen. Besser aufstehen und nicht gleich zurückfallen. Aber Sie haben Blutdruck angesprochen. Doch, wir müssen natürlich aufpassen. Aber wir wollen vielleicht den Blutdruck nicht ganz so niedrig wie die Kardiologen oder Internisten das haben oder den Blutzucker. Wir versuchen das so einzustellen, dass es dem Patienten gerecht ist und dass er nicht schwindelig oder sie nicht dadurch zu stürzen kommt. Also es ist sehr patientenspezifisch, die Geriatrie. Warum ist Mobilität so wichtig? Weil es die wichtigste Grundlage für die Selbstständigkeit ist. Wer nicht mobil ist, hat Schwierigkeiten, sich an- und auszuziehen, sich im Bad zu verpflegen, in die Dusche zu gehen oder in die Badewanne, in der Küche überhaupt was vorzubereiten. Man muss sich vorstellen, man hat einen Rollator und wenn man sich umdreht, wird man schwindelig und man stürzt vielleicht. Und dann ist es schon schwierig, oben aus dem Schrank Teller zu holen oder aus dem Kühlschrank etwas zu holen und meinetwegen da etwas zusammenzusetzen, ein kleines Gericht. Das ist sehr schwierig, wenn man nicht sehr mobil ist oder keine gute Gangsicherheit hat. Und darum ist Mobilität Lebensqualität. Und das ist eines der wichtigsten Punkte in der Geriatrie. Ja, und eben sagten Sie ja auch, das ist sehr individuell, woran Sie dann mit dem Patienten arbeiten, der zu Ihnen kommt. Jeder lebt ja anders, hat andere Umstände, hat andere Beschwerden, hat andere Ziele. Wir erfinden jetzt einen Fall. Ein Beispielfall. Ein Patient, der, wie alt ist er? 86? 86 in diesem Fall. Das war ein Patient, der nicht zu langer Zeit bei uns war. Oh ja. Erzählen Sie mal. Also, er wohnte noch allein zu Hause. Der Sohn gegenüber im Hof hat er ein kleines Häuschen gebaut und er unterstützte den Vater. Der Vater war aber allein fast den ganzen Tag. Sohn half dann beim Einkaufen, Vater bekam Essen auf Rädern und er lebte so vor sich hin. Und eines Tages ist er gestürzt. Der Sohn war zufällig da, versuchte ihn aufzuheben, aber es klappte gar nicht. Er hatte furchtbare Schmerzen in der Hüfte. Daraufhin ist er dann in die Notaufnahme gekommen, wo der Unfallchirurg ihn gesehen hat. Und Gott sei Dank hatte er die Hüfte dicht gebrochen, was ja eigentlich schon Glück im Unglück war. Das war so. Aber die Nieren funktionierten nicht sehr gut. War das denn eine Hüftprellung? Ja, eine Hüftprellung. Entschuldigung, richtig. Eine Hüftprellung, aber die tat auch sehr weh und darum konnte er auch nicht aufstehen. Wie gesagt, die Nieren waren nicht sehr gut. Blutarmut hatte er. Der Diabetes, also die Blutzuckerwerte waren sehr hoch. Und er war völlig ausgetrocknet, würde man sagen. Er war darum auch vielleicht die Nierenwerte, die nicht gut waren. Daraufhin wurde dann der internistische Assistenzarzt gerufen und gebeten, ihn doch aufzunehmen. Und das haben die dann auch gemacht. Und dann haben sie mit Flüssigkeit, mit Infusionen die Nierenwerte wieder so einigermaßen stabilisiert. Sie haben dann nach den Blutdruckmedikamenten geguckt und neu eingestellt. Mussten Insulin geben, weil der Blutzucker sehr hoch war. Und haben also ihn quasi, ja, also labormäßig wieder hergestellt. Dann stellte sich aber heraus, als man über die Entlastung nachdachte, dass er völlig schwach war. Er konnte sich gerade so mal an die Bettkante setzen, aber aufstehen und ins Bad gehen war überhaupt nicht möglich oder nur mit Hilfe eines Rollstuhls. Und da war eine Entlassung gar nicht möglich, denn er wohnte ja noch allein zu Hause. Daraufhin wurden wir, die Geriater, gerufen, um zu sehen, ob er nicht von der Geriatrie übernommen werden kann für diese sogenannte kurze geriatrische Reha. Da waren Sie dann, da war er dann also schon, wie lange im Krankenhaus, vier, fünf Tage? Ja, vier, fünf Tage. Genau, also so, dass man auch dieses Hämatom vielleicht, der blaue Fleck an der Hüfte, dass man das schon im Blick hat auch. Das war größer geworden sogar. Ach Gott, ja Mensch, echt. Das ist furchtbar. Und dann kommt er zu Ihnen in eine andere Abteilung. Ja, wir haben ihn verlegt auf die Geriatrische Station. Genau. Und dann haben Sie sich den mal angeguckt, den Patienten. Und jetzt, jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, es geht ja um die Funktion. Und es stellte sich also sehr schnell raus, dass er einmal völlig schwach war. Er war sehr schwach und er konnte kaum gehen. Und das... Und das... Und er denn sitzen? Also das Gehen war nicht nur die Schwäche, aber er hatte auch furchtbare Schmerzen. Vor allem Schmerzen in den Knien. Wir haben dann mal geröntgt und stellten fest, dass es also eine schwere Arthrose in den Knien war und dass sicherlich das auch zu der Gangunsicherheit führte. Wir haben dann mit Schmerzmitteln begonnen, ganz vorsichtig, wegen der Niere natürlich, und haben physiotherapeutische, ergotherapeutische Krankengymnastik, Balance-Training, Krafttraining mit Ihnen gemacht. Und das ging dann auch besser. Darf ich kurz unterbrechen? Sie sagten, vorsichtig mit Schmerzmitteln wegen der Niere. Schmerzmittel sind, glaube ich, im Alter ein anderes Ding als in jungen Jahren, oder? Ja, sicherlich. Sicherlich. Und jetzt muss man aber sagen, wir gebrauchen Opiate, also starke Schmerzmittel. Vorsichtig unter... Wir sehen die Patienten ja täglich, nicht mal. Also, aber es müssen... Die Schmerzen müssen schon kontrolliert sein. Man kann nicht so ein bisschen, ich sag einfach mal Ibuprofen oder Paracetamol, was man ja auch teilweise so kaufen kann, gebrauchen. Novalgin. Ja, das gebrauchen wir, das ist immer schön. Aber wir müssen auch starke Schmerzmittel, also diese ganze WHO-Schmerzskala, wo man vorsichtig anfängt, das passt bei älteren Leuten nicht. Wir müssen ganz bestimmt und ganz starke Mittel nehmen, vorsichtig, damit diese Schmerzen kontrolliert werden. Denn sonst kann er ja gar nicht gehen. Und das ist ja auch eine Lebensqualität. Und ich kann den Menschen ja nicht in Schmerzen da liegen sehen. Das geht ja nicht. Ja, ach so. Das heißt, Sie sagen, lieber ein Schmerzmittel, das sehr zuverlässig wirkt. Wir behalten es dann im Auge, als dass jemand vielleicht nur auf die Hälfte der Schmerzen kommt, weil er nicht genug Kraft hat, dagegen anzukommen. Genau, und dann so die Idee, ach, das müssen Sie schon aushalten, das ist die Arthrose, das ist nicht akzeptabel. Also man versucht es so gut wie möglich zu behandeln. Und dann kann er ja auch, in diesem Fall, dieser Patient konnte ja dann auch an diesen Physiotherapeutischen mitmachen. Genau, bei ihm ja schon dann im Haus. Das nützt er sonst nicht. Wenn er Schmerzen hat, kann er ja nicht mitmachen. Ja. Das ist ja, das ist dann, dann verbessern wir die Mobilität ja auch nicht. Wie sieht das denn aus mit dieser Physiotherapie? Ist die passiv oder aktiv? Ist das mal Gang runter wieder? Ja, die zeigen ihm, wie er am besten aus dem Bett aussteigt, wie er sich hinsetzt vorsichtig, damit er nicht stürzt, am Rollator geht, vielleicht dann auch am Gehstock. Dann wird Fahrrad gefahren, also im Sitzen. Dann werden die Oberarme gekräftigt, also die Muskulatur der Oberarme, damit er dann auch am Rollator besser sich festhalten kann. Und dann Balance-Training, um überhaupt die Gangsicherheit zu verbessern. Genau, um die Gangsicherheit zu verbessern. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Bewegung, die er bekommt oder auch den Erfolg, den er spürt oder die wenigeren Schmerzen, dass die auch noch was ganz anderes mit ihm machen, oder? Ja, das haben wir, das merken wir ja häufig. Also er war ja, weil Sie das gerade angesprochen haben, er war ja, es stellte sich heraus, denn wir hatten mit dem Sohn lange gesprochen, er war ja zu Hause, wie gesagt, alleine. Und die Schmerzen, er ist vom Schlafzimmer in die Küche aufs Sofa ins Wohnzimmer den ganzen Tag gegangen, hat nur rumgesessen. Die Schmerzen waren furchtbar, er war depressiv, keine Depression, aber depressiv. Er hat nicht viel gegessen, was schmeckt doch das Essen, das Essen auf Rädern alleine, da mittags, das schmeckt dann einfach nicht. Und er hatte Gewichtsverlust, aber die Depression, das machte sehr viel aus. Und mit den Schmerzen, die wir jetzt kontrollierten, war alles besser. Wir haben ihm aber auch Antidepressiva gegeben, die auch den Appetit so ein bisschen stimulieren. Und siehe da, es war ein ganz anderer Mann, er konnte wieder gehen, er hatte Spaß im Aufenthaltsraum mit anderen Leuten zu essen. Der Sohn war so hingerissen, sozusagen. Es ist unwahrscheinlich, also was für ein Leben da noch drinsteckt. Ich glaube, die Bewegung macht ja auch noch was mit den Blutwerten, oder? Ja, also auch die Nierenwerte wurden natürlich besser, er hat jetzt wieder getrunken. Der Blutdruck, da mussten wir die Medikamente nochmal so ein bisschen anpassen. Wir wollen das ja nicht zu niedrig haben. Und auch den Blutzucker, er hatte ja, als er zu uns kam, noch Insulin von den Internisten, weil der Blutzucker sehr hoch war. Das konnten wir alles absetzen. Jetzt, da er sich bewegte und wieder normal aß, war der Blutzucker eigentlich ganz gut. Und wir konnten das mit ein paar Medikamenten ganz gut kontrollieren. Ja, und wie lange ist er bei Ihnen gewesen? Also er war etwa 17 Tage bei uns. Zweieinhalb Wochen. Ja, das ist also, und das brauchen wir auch. Also diese ganzen Therapieeinheiten, die ja täglich zweimal und dann auch mit den Pflegerinnen dann zu dem Aufenthaltsraum gehen. Ich meine, das wird schon viel gemacht. Und am Anfang ist das vielleicht wenig, aber anschließend oder später können die ja auch alleine schon dahin gehen. Am Flur entlang gehen. Das ist wirklich sehr schön. Dann kam natürlich auch die Entlassung. Ja, ja, genau. Er will ja doch mal nach Hause. Ja, wir hatten erst gedacht, vielleicht eine Kurzzeitpflege wäre gut, aber nein, er wollte unbedingt nach Hause, kann ich auch verstehen. Dann haben wir aber erst mal unsere Sozialarbeiterin eingeschaltet. Wir haben einen Pflegegrad für ihn beantragt, haben dann eine, quasi die Tage, also eine Pflegedienst beauftragt, dass er am Anfang dreimal und den Blutdruck, dreimal am Tag, dreimal den Blutdruck überprüft, auch den Blutzucker, ob wir das alles so richtig eingestellt haben, wenn er erst mal zu Hause ist und anders ist. Dann hatten wir aber auch vorgeschlagen, eine Tagespflege. Der Sohn fand das sehr gut. Also morgens abholen und dann abends Sorgung? Morgens abholen. Wir haben gesagt, vielleicht erst mal zweimal in der Woche. Das wäre ganz gut, dass die Woche auch so ein bisschen, dass es nicht der eintönige Tag, ein Tag nach dem anderen ist. Der Sohn hatte das dann auch verstanden und würde am Wochenende mal immer mit ihm spazieren gehen, auch mal rausgehen. Jetzt da einen Rollator hat er auch bekommen, der auch für draußen gut war. Im Haus war es einfach ein bisschen schwierig, aber da konnte er mit dem Gehstock gehen. Also es war ein Erfolg. Es war sehr, sehr schön. Also wir freuten uns. Das heißt also, dass Ihr Sozialdienst kann dann schon Empfehlungen aussprechen, abgestimmt mit Ihnen oder mit Ihren Medizinern oder Ihren Therapeuten, was für den Patienten in Frage käme. Ja, also wir setzen uns ja einmal in der Woche für so eine Teambesprechung zusammen. Und da wird dann der Patient oder alle Patienten werden ja besprochen. Und da sagt dann auch, dann sprechen wir darüber und sagen, nach Hause gehen ist vielleicht nicht das Richtige oder mehr Hilfe zu Hause. Oder wir müssen nochmal mit den Angehörigen sprechen. Und so wurde dann dieser Plan formuliert. Ja, Sie als Chef der Abteilung, was würden Sie sagen, wie hoch sind die Anteile? Wir haben ja viel gesprochen über Physiotherapie, wir haben jetzt viel gesprochen über Sozialdienst. Wer hat da wie viel Finger drin, sag ich mal, in diesen 17 Tagen? Ja, das ist also, in der Geriatrie ist wirklich 80 Prozent Pflege und Therapie. Dann würde ich sagen, vielleicht 15 Prozent ist der Sozialdienst, obwohl der manchmal sehr viel machen muss, nicht wahr? Und der Rest ist der Mediziner. Das ist der Oberarzt, das bin ich, das ist die Assistenzärztin und unsere PA, unsere Physician oder Arztassistentin. Wir haben das Wenigste zu tun. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das akzeptiert als Arzt. Denn die Therapeuten und die Pflege können einen Patienten wieder zum Gehen bringen. Ich habe kein Medikament, was das macht. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Danke. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Bleiben Sie gesund.